Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wingman. Mit dabei ist wieder der Bot. Julian? Yo Bot, wahrscheinlich. Moin, was geht? Jetzt hab ich's dir gegeben, Homo. Übrigens, weißt du was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Ich hab dich vorhin unterbrochen und dann haben wir gewonnen. Stimmt, jetzt hast du mich nicht unterbrochen. Ja. Dann muss das alles. Also, nur noch deiner. Push den um. Mach nicht so. Mach so. Ach ja. Also, in der letzten Folge der Vitus. Der ist ja, das ist ne Legende ist das. Das ist einfach ne Legende. Also, das weiß der gerade. Ich werde ihn finden und ich werd's ihm schreiben. Ach, ich hab Scout gekauft. Warum kauf ich Scout? Du guckst mich mit der Scout an. Wann streist er los? Ich hab den Scout gekauft. Ich hab den Hit gegeben. Der andere ist oben. Sniper Spotter. Yo. Loll. Ach, ich dachte, es leben noch zwei. Ne, ne. Den einen hab ich geholt. Ich hab dir doch einen Hit gegeben, oder? Ne, hab ich nicht. Okay, du hast den Hit gegeben. Ich weiß nicht. Irgendwie ist meine Kugel dann nach Afrika geflogen oder irgendwo hin. Keine Ahnung. Die Waffe kommt auf jeden Fall jetzt weg, ey. Damit spiel ich nicht nochmal. Waffe. Ich bin richtig 1200 Dollar gewastet, ey. Wenn die Kugel einfach nach Afrika fliegt, Alter. Ja. Von Deutschland. Wir sind gerade in Berlin, ne. Ich wollt grad sagen, wir sind ja gerade in Deutschland. Übriger Bauunternehmen. Okay, letzte Säule. Schade. Wieso hat der M4? Ey, Digga. Wieso? Wie viel hast du dem gegeben? Gar nichts. Hab auf den anderen geschossen. Wow. Ja, den hab ich halt nur gesehen. Wie viel hast du dem anderen gegeben? Ah ja, minus 31. Dann hat der andere schon auf mich geballert. Ja, dann hat der andere schon auf mich geballert. Aber ich hab jetzt einen AK, weil ich krass bin und bin ich. Ja, ich hab nichts. Ich hol dir kurz ne Waffe, warte. Lass mich als erstes gehen. Mal dein erstes drittes Auge. Schade doch nicht. Hab deine Waffe besorgt. Ich hab ne Waffe. Jetzt nicht mehr. Was? Jetzt nicht mehr. Wollte ich jetzt deine Waffe nehmen und einfach wegrennen. Ja. Du musst die Folgen unterbrechen, mein Freund. Das ist einfach so. Ja, ich sag's ja. Da geh ich nicht durch. Bei aller Liebe. Okay. Da ist einer Sniper Spot und ich hab dem nichts gegeben. Nice. Guck mich da zwei Leute an, alter. Aua, aua ey. Ja, ich würd mal sagen, dass wir mehr warten. Ja. Meine Eko. Ja. Eine Eko. Kauft sich auf. Okay, ist doch in Ordnung. Irgendwie. Ich hab nicht mehr runtergekauft. Ich wollt grad sagen. Lass dich mal alles verbraten. Blind. Ja, gar nichts. Ah, du hast noch 7 HP. Nice. Das war Spaß. Gieß mich. Bitte. Das war Spaß. Das war Spaß. Ein Krieger kennt keinen Spaß. Boah, alter. Ohne Scheiß. Ich unterbreche dich ab sofort nur noch. Egal. Egal was wir zocken werden. Egal ob wir. Egal was. Ja. Och man, alter. Die sollen mal ihre Granaten werfen und dann flashen wir uns rein. Eigentlich musst du über Short eine Flash rüberwerfen. Von oben und ich werfe hier unten eine durch. Wir müssen eigentlich blind sein. Einfach direkt gar nichts. Oh. Ach, ganz rechts steht einer. Alter. Das ist bitter. Das ist bitter, 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 alter. Wir kriegen ihn grad so hart aufs Maul. Ich weiß nicht. Wir kriegen ihn immer hart aufs Maul. Das ist einfach 50-50, ey. Ja, können wir ja. Lass du nochmal boosten. Ja, als wenn wir es nicht checken. Warum, ey. Der führste Flash rüber. War nicht meiner, oder? Ja. Geht nichts. Aber gar nichts. Kommt von hinten oder so. Ne. Lefters. Der war blind. Aber mit Galil kann ich nichts machen. Ich hab die war vielleicht noch nicht gespielt wirklich. Ich bin daneben. Ich glaub ich kaufe jetzt ne gute Pistole. Oder. Ne, ich kaufe Molly. Ich kaufe Molotov, alter. Pass mal auf, was ich mache. Was? Ich Molly Monster, alter. Ich kann jetzt aber in dein Molly rein, dann wirst du gebannt. Nein, werd ich nicht. Du hast mich schon einmal getötet. Darf noch zweimal. Ich darf noch zweimal. Scheiße, alter. Nichts mit Molly. Kein, ist kein Rush. Bombe. Oh Mann. Pfff. Ah. Kurz Triad-Modus aufgedreht, alter. Yo. Hast du was? Hast du den UMP gekauft? Aber okay. Nein, ich, ich. Das ist ja du. Smolly? Ne, ich hab auch ne Nate. Und die baller ich da rein. Außer du machst Molly. Na gut. Wir waren gewastet. Flasher. Okay, beide sind. Einer hat 4 AP und der andere hat 80. Okay. Der hat 4 AP und der hat einfach noch. Der hat die halt noch ordentlich gegeben. Geil. Toll. 1 2 2 2 2 3 2 Nein! Da muss er. Ich hab ihn nicht einmal getroffen Digger! Ist schon scheiße? Wie kann das sein, Digga? Hast du gerade die N-Bombe gedroppt? Nein! Alter, wie kann ich denn mit der P90 nicht treffen? Das Ding hat 50 Schuss und ich bin von links nach rechts gerannt. Oh, der weiß halt Bescheid, dass ich da stehe. Digga, troll eben, Mann. Das Game ist RIP. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, dann halt noch nicht. Ich habe noch Hoffnung, du. Eigentlich ohne Scheiß ist das echt machbar. Stimmt, wir haben nur drei Runden. Glückstecoi. Ja, Mann, die Glückstecoi hat mich gehittet. Ich weiß. Deswegen nenne ich sie ja Glückstecoi. Beide hier. Als ob. Digga. Nur Kopf. Ich sehe nur Kopf. Und ich gebe ihm 72 in 3. Ich habe den einen 36 in 2 gedrückt. Ja, ich kaufe dann Flash und Ding und jetzt rushe ich jetzt. Sagen wir mal hier vorziehen. Ja, Mann. Okay, ich was short und du mal stinkst. Kreuzfeuer. Ich habe halt selbst geflasht. Ich sehe halt gar nichts. Okay, der hat freundlich abwehlt. Wie bestellt und nicht abgeholt. Ich würde eigentlich sagen geopfert, aber okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe dich nur ganz kurz im Augenwinkel gesehen. Eieieiei, du Noob. Ohne Schatz, ich war so kurz davor, die jetzt gerade einfach ins Bein zu messern. Auch noch messern, weißt du, was halt so richtig Damage macht. Okay, der hat 30 AP. Okay. Hertest du die Bombe. 30 AP mit Bombe ist am Start. Jo. Mein Aim war aber nicht. Verzeihung. Letzter auch da. Wie gesagt, 30 AP, ne? Nice. Ihr könnt auch 100 AP haben, der kriegt einen Headshot von mir. Ja, das ist mal nicht so klar. Soll ich dir legen? Miese Brise, Alter. Bei Winston müssen wir noch machen. Wir müssen die Rounds gewinnen. Ich werde mich doch mal anders sehen. Einer Short. Blint. Alt op. 6 AP. 6 AP. Okay. Smoke. Fuck, der ist durchgepusht. Schade. Fuck off, Alter. Kein Bock mehr. Scheiße, Alter. Nein, Spaß. Das war auch nur dieser eine, der gut war mit seinen 14 Kills. 13. Der hat 14. Der 13. Loll. Bei mir hat der 14 Kills. Der Gegner, ne? 14, 8. Ja, bei mir, hä? Bei mir 13, 7. Loll. Okay. Aber Punktgarte 31, 20. Naja, ist ja auch egal. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 21, 20, 90. Ja, ciao, ciao, Leute. Tschüss.